Vielen Dank an den Minister für die klaren Antworten, die uns mühelos natürlich jetzt über viele Veranstaltungen beschäftigen könnten. Wir fangen jetzt mal mit dieser an. Wir fangen an, da machen wir einen kleinen Schritt zurück. Ich habe mir erlaubt, den Minister nicht vorzustellen. Sie haben an der Struktur seiner Antwort auf unsere eingangs gestellte Frage gemerkt. Er ist Jurist. Wir kommen jetzt möglicherweise auf noch andere als die juristischen Aspekte zu sprechen. Und dieses mit einem Podium, das ich Ihnen jetzt die Freude habe, vorstellen zu dürfen. Ich möchte Ihnen Herrn Dr. Martin Dutzmann vorstellen, den evangelischen Militärbischof. Er war Zeitsoldat und ist als Leutnant der Reserve ausgeschieden. Ist Theologe, naheliegend eigentlich beim Bischofsamt, nicht wahr? Er ist seit 2005 Landessuperintendent der Lippischen Landeskirche und zugleich, das sei mal ausdrücklich betont, zugleich seit 2008 evangelischer Militärbischof. Schön, dass Sie da sind. Und Herr Prof. Dr. Fernando Enz. Herr Enz war Wehrdienstverweigerer, ist Theologe und er vertritt die Theologie der Friedenskirchen. Friedenskirchen. Prof. Enz leitet die Arbeitsstelle Theologie und Friedenskirchen am Theologischen Institut in Hamburg. Und er hat eine Professur inne für Friedenstheologie und Ethik an der Freien Universität Amsterdam, nicht Berlin. Und außerdem ist er stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der minunitischen Gemeinden und er ist Mitglied im Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen und, letzter Punkt, Mitinitiator der Dekade zur Überwindung von Gewalt. Und Herr Prof. Enz, Sie haben den Minister gehört, Sie können vermutlich nicht alles unterschreiben und ohne, dass wir jetzt schon um die einzelnen Punkte uns mühen, möchte ich Sie doch um eine erste Einschätzung des Gehörten bitten. Beantwortet der Minister unsere Frage auf eine Ihnen möglicherweise gemäße Weise? Ja, zunächst vielen Dank für den Vortrag. Ich habe Ihnen gerne zugehört, Herr Minister, denn es ist, um Ihre Frage zu beantworten, es war eine klare Antwort, eine fünffache auf eine klar gestellte Frage. Und die Antworten sind so zunächst einmal nachvollziehbar. Da will ich jetzt nicht erstmal rummeckern, aber wir sind hier, um zu streiten. Und deswegen versuche ich gleich einen Punkt herauszugreifen, der mir am Herzen liegt als Theologe natürlich vor allen Dingen. Und das war unter dem Punkt vier, da sind Sie zum Glück und Gott sei Dank zu dem Punkt gekommen, um den es eigentlich geht, wenn wir über militärische Einsätze sprechen. Um all das andere geht es auch. Aber die eigentliche Frage, die sich dabei immer stellt, und das war meine große Sorge beim Zuhören, wird das kommen oder nicht? Was kostet uns das eigentlich? Und dabei rede ich nicht von den finanziellen Kosten, sondern ich rede davon, sind wir bereit, und das ist die erste Frage, die sich mir stellt, grundsätzlich bei allen militärischen Einsätzen, sind wir bereit, billigend in Kauf zu nehmen, dass dabei Menschen von uns, sage ich jetzt im Kollektiv, getötet werden? Und sind wir bereit, selber den Tod in Kauf zu nehmen? Das sind die entscheidenden Fragen, die sich da, oder das ist die entscheidende Frage, die sich überhaupt bei militärischen Einsätzen für mich stellt, neben den juristischen und den politischen. Und diese Frage ist bei den anderen Punkten, die Sie genannt haben, immer schon als mit grundsätzlich Ja beantwortet vorausgesetzt. Und das würde ich so zunächst einmal noch in Frage stellen wollen, welche Situationen es dann überhaupt geben kann, wo wir dieses allerhöchste Gut, das uns überhaupt zur Verfügung steht, so in die Waagschale werfen. Herr Dutzmann, bleiben wir gleich bei dem vom Minister unter Punkt 4 genannten Kernpunkt tatsächlich, der von Herrn Enz eben nochmal zusammengefassten Frage sind wir. Dürfen wir bereit sein, möglicherweise auch das Leben von Soldaten aufs Spiel zu setzen, oder dürfen wir auch bereit sein, Feinde in Anführungsstrichen, allein diese Definition müssten wir vielleicht nochmal führen, aber zu töten. Also dürfen wir Leben nehmen? Ich glaube möglicherweise müssen wir es. Allerdings immer mit dem, nicht nur mit dem Risiko, sondern mit der Gewissheit dabei schuldig zu werden. Also wir haben ja mal eine Diskussion gehabt, in der Sie, Herr Minister, gesagt haben, es gibt einen, zwar keinen gerechten Krieg, aber einen gerechtfertigten Gewaltgebrauch, dem würde ich widersprechen. Ich würde in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang des Gewaltgebrauches, das Wort Rechtfertigung überhaupt nicht benutzen. Sondern ich finde zunächst mal gut, dass Sie diese Abwägungsfaktoren sehr deutlich beschrieben haben, aber letztendlich hilft ja kein noch so sorgfältiges Abwägen dagegen, sich schuldig zu machen. Das heißt, Sie werden unterm Strich, aber wahrscheinlich haben Sie es so auch nicht gemeint, nicht etwa eine Rechtfertigung herstellen können. Das ist mir nur ganz wichtig, auch in der Terminologie, dass Gewaltgebrauch immer nicht nur ein Risiko ist, sondern letztendlich immer in Schuld mündet. Aber das wissen Soldaten auch. Aber wie, Herr Minister, lässt sich mit einer Schuld umgehen, sowohl politisch natürlich, also die Schuld, die diejenigen auf sich laden, die Soldaten in Einsatz schicken, wie auch schließlich im militärischen Alltag, im Einsatzgebiet? Ich will zunächst Herrn Enz sagen, ich respektiere die Position, die Sie andeuten, aber ich teile sie nicht. Wir leben hier in Berlin, in einem inzwischen ungeteilten Berlin. Die Amerikaner, die Briten, Frankreich, teilweise besetzt, die Sowjetunion, haben einen Krieg gegen das von Hitler geführte Deutschland geführt, um einem Verbrecher das Handwerk zu legen, weiteres Morden zu beenden und dabei billigend in Kauf genommen, dass eigene amerikanische Soldaten zu Tode kommen. Das war eine großartige Leistung, eine große Entscheidung, die im Endergebnis für uns Deutsche sehr gut war. Und die Alternative wäre gewesen, dass Sie gesagt hätten, wir opfern keine amerikanischen Soldaten für eine Diktatur in Europa. Es ist also nicht nur die Frage, ob wir billigend in Kauf nehmen, dass unsere Soldaten gefährdet werden, sondern es ist genauso die Frage, was passiert, wenn man nicht eingreift mit Menschenleben anderswo. Und da kann man sagen, was geht uns Ruanda an? Was geht uns Hebrinica an? Was geht uns alles gar nichts an? Aber ich glaube, so können wir nicht argumentieren. Und deswegen, das Bundesverfassungsgericht, um es nun mal juristisch zu sagen, lehnt wegen der Menschenwürde in einer bestimmten Konstellation Abwägung Leben gegen Leben ab. Aber das sind Abwägungen Leben gegen Leben und diese gehören zu den schwersten, die man in der Politik treffen kann. Und das ist nicht only 2,5 Stunden. Vielen Dank.